Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss am Sonntag, 15.30 Uhr, gegen den VfB Stuttgart auf Alexander H., Emil Berggrin, Levin Öztunali und Jonathan Burkert verzichten. Der Einsatz von Alexandru Maxim sei offen, nachdem der Mittelfeldspieler zuletzt wegen einer Sehnenreizung ausgesetzt habe. sagte Trainer Sandro Schwarz am Freitag. Der Kader sei so aufgestellt, dass wir mehrere Optionen haben, sagte der Coach, diese werden wir uns bis zum Schluss offen halten. Punkt. Wir würden uns aber natürlich freuen, wenn er rechtzeitig fit wird.